Hallo und herzlich willkommen zu einem Video der Mannekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das Webinterface der Amtron Xtra und Amtron Premium öffnen. Voraussetzung zum Öffnen des Webinterfaces ist die Installation der Amtron. Außerdem benötigen wir ein Endgerät, also beispielsweise einen Laptop mit Administrationsrechten oder auch ein Tablet oder Smartphone. Zunächst gehen wir davon aus, dass sich die Amtron nicht in einem bestehenden Netzwerk befindet und mit den Werkseinstellungen betrieben wird. Es gibt zwei Wege, um das Webinterface zu erreichen. Schauen wir uns aber zunächst den Zugriff über WLAN an. Alle Amtron Xtra bzw. Premium senden im Auslieferungszustand ihr eigenes WLAN aus. Mit diesem Amtron WLAN Access Point können Sie Ihr Endgerät verbinden. Dazu müssen Sie in unmittelbarer Nähe der Amtron stehen. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Endgeräts und suchen Sie nach verfügbaren WLAN-Signalen in Ihrer Nähe. Das Amtron WLAN wird mit der SSID Amtron-7C gefolgt von weiteren Buchstaben und Zahlen angezeigt. Bitte beachten Sie, dass bei zwei oder mehreren Amtron in Reichweite auch zwei oder mehrere WLAN-Signale im Endgerät angezeigt werden. Sie finden die WLAN-SSID auch auf dem mitgelieferten Einrichtungsdatenblatt, um die korrekte Zuordnung zu erleichtern. Wählen Sie das gewünschte WLAN aus. Jetzt werden Sie gebeten, das WLAN-Passwort einzugeben. Dieses und alle weiteren Pins, die Sie benötigen, um das Webinterface der Amtron Xtra bzw. Premium zu öffnen, finden Sie ebenfalls auf dem Einrichtungsdatenblatt. Sobald Sie verbunden sind, erhalten Sie oft die Info, dass keine Internetverbindung möglich ist. Diese Meldung kann ignoriert werden, denn das Amtron-eigene WLAN ist lediglich als privates, lokales Netzwerk eingerichtet. Eine Internetverbindung wird nicht benötigt. Öffnen Sie bitte jetzt einen aktuellen Browser in Ihrem Endgerät. Oben in die Adresszeile tippen Sie die IP-Adresse der Amtron ein. Die IP-Adresse bei einer direkten WLAN-Verbindung lautet 172.31.0.1. Hinter die IP-Adresse muss der Port geschrieben werden. Der Port für das Webinterface lautet 0.25.000. Drücken Sie anschließend auf Enter. Sie werden in dem Login-Bereich nach einer PIN gefragt. Als Installateur wählen Sie die PIN 3, also die Installation PIN. Als User wählen Sie PIN 1, also die App-PIN. Nach Eingabe der PIN klicken Sie auf OK und gelangen auf das Webinterface. Schauen wir uns jetzt den Zugriff via direkte Ethernet-Verbindung an. Hierzu benötigen wir einen Laptop mit Administrationsrechten und ein Ethernet-Kabel. Verbinden Sie Ihren Laptop und die Amtron. Nutzen Sie dazu den Ethernet-Port auf dem HCC3-Controller der Amtron Extra bzw. Premium. Da die Amtron nicht über einen DHCP-Server verfügt, erhält der angeschlossene Laptop keine automatische IP-Adresse. Diese muss manuell konfiguriert werden. Hierzu müssen das Adressband und die IP-Adresse des Ethernet-Ports der Amtron bekannt sein. Der Ethernet-Port der Amtron Extra bzw. Premium hat im Auslieferungszustand die IP-Adresse 192.168.0.100. Auch hier müssen wir hinterher im Browser wieder an den Part Doppelpunkt 25.000 denken. Wir vergeben unserem Laptop also eine IP-Adresse auf dem Adressband der Amtron, beispielsweise die 192.168.0.21 sowie die Subnetzmaske 255.255.255.0. Wie man die IP-Adresse an einem Laptop in der Praxis einstellt, kann anhand eines Beispiels gezeigt werden. Drücken Sie auf der Tastatur das Windows-Symbol und den Buchstaben R gleichzeitig. Es öffnet sich unten links das Feld Ausführen. In das Textfeld tragen Sie folgendes ein. ncpa.cpl Anschließend klicken wir auf OK oder bestätigen die Eingabe mit Enter. Mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Ethernet-Adapter öffnen Sie die Eigenschaften. Unter Umständen werden Sie jetzt nach dem Passwort Ihrer Administrationsrechte gefragt. Wählen Sie im Anschluss in der Liste das Internetprotokoll Version 4 aus und klicken Sie erneut auf Eigenschaften. Jetzt können Sie dem Laptop eine statische IP-Adresse vergeben. Manicus empfiehlt die IP-Adresse 192.168.0.21 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 zu verwenden. Anschließend bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf OK und schließen das Fenster. Nach der Konfiguration der IP-Adresse am Laptop kann über einen aktuellen Webbrowser eine Verbindung zum Webinterface hergestellt werden. Tippen Sie oben in die Adresszeile die IP-Adresse 192.168.0.100 ein. Denken Sie zusätzlich an den Port Doppelpunkt 25.000 und drücken Sie anschließend auf Enter oder auf Öffnen. Wie auch bei der Verbindung via WLAN, werden Sie hier nach der entsprechenden PIN gefragt. Im Beispiel wird sich als Installateur also wieder mit der PIN 3 eingeloggt. Anschließend können Sie auf die Schaltfläche Login klicken, um das Webinterface zu öffnen. Ist die Amtron in einem Netzwerk integriert, gehen Sie, um das Webinterface zu erreichen, ähnlich vor. Die Amtron hat im Netzwerk bereits eine statische IP-Adresse zugewiesen bekommen oder sie verwendet eine dynamische IP-Adresse, vergeben vom DHCP-Server. Um das Webinterface über Ihr Netzwerk zu erreichen, muss sich Ihr Endgerät, also Laptop oder Tablet, ebenfalls im gleichen Netzwerk befinden und auf das gleiche Adressband eingestellt sein. Letzteres passiert aufgrund des DHCP-Servers Ihres Routers grundsätzlich automatisch. Somit fällt in diesem Fall die IP-Konfiguration Ihres Laptops weg. Sie müssen lediglich einen aktuellen Browser öffnen und die entsprechende IP-Adresse der Amtron plus den Port .25000 in die Adresszeile eintragen. So gelangen Sie auch über Ihr Netzwerk auf das Webinterface der Amtron Extra bzw. Premium.